Äh, ist das eklig! Moin moin Freunde, was geht? Seit Mitte Juni 2018 ist jetzt Jurassic World 2 draußen und ich hab hier so Eier gefunden. Ja, Eier von Jurassic World, wie ihr sehen könnt, mit fetten Schleim drin. Kam 1 Euro, gab's bei Action und ich hab gedacht, okay, es ist nur wieder ein bisschen Nerd-Time. Und wie ich grad sehe, ist das hier schon fast rausgekommen. Hier in meinem Raum ist es ein bisschen warm. In ganz Deutschland ist es hier wieder warm. Ihr wisst ja, Sommer ist ausgebrochen. Es ist ja auch Sommer. Und ich hoffe mal, es wird nicht zu schleimig und nicht zu eklig. Deswegen machen wir die jetzt auf. Also, wie ich schon sehen kann, man macht das hier wohl auf. Und, ey, gitt, ey, da kommt schon der Krams raus. Oh mein Gott, es hat mich gefressen! Original Schleim. Ist das eklig! Ja, ähm, wie man sehen kann, ist da Schleim drinne. So fetter Schleim. Und, ähm, da drinne ist dann halt ein Dino. Ich hol die jetzt mal raus. Ich muss hier ein bisschen reinfingern, ne? Und, ja, so, die Frage ist... Ah, okay, ich hab ein Triceratops. Alter, was ist denn das für eine... Das ist aber auch ein Schleimkram. Hier, wieso kommt das jetzt raus hier? Da, könnt ihr das sehen. Ist die Frage, kriegt das gleich wieder hier runter? So viel Schleim ist da drinne. Yes! Ich greif mich an, du! Scheiße, das eskaliert! Ähm, ja. Ich hab jetzt die ganze Hand voll mit Schleim. Da war mal wieder zu viel, äh, weiß nicht was am Werk. Jetzt kriegst du ja gar nicht mehr ab hier. Rum am Behälter, Finn. Rum Behälter. Wie ihr sehen könnt, es geht hier runter. Es ist schon sehr stumm. Für einen Euro. Ja. Gut, äh, es dauert mal ganz kurz. Nimm mal eben hier das Ei. Alter, was ist das für ein Klebekram? Gut. Wir haben ein Triceratops. So ein kleines Ding war da drinne. So, der war da drinne, Leute. Ihr seht ja, meine Hand ist jetzt voller Schleim. Und ich muss dann mal gucken, wie ich es abbekomme. Ja, man macht mal so einen Spaß für euch, ne? Und, äh, der war da drinne. Wie groß ist der denn? Ist eigentlich voll mega klein. Ja, der war da drinne. Als Skelett, als Sinuskelett. Joa, also für einen Euro kannst du nicht viel erwarten. Ja, ich würde gleich sagen, das nächste packen wir auch gleich aus. Wenn ich gleich den Schleim mal abbekomme. Das Gute ist, man kriegt das doch einigermaßen runter. Aber ich glaube, man muss trotzdem gleich mal die Hände waschen. Ja gut, ich habe trotzdem den Krams jetzt hier reingemacht. Sieht ein bisschen aus wie Plastikkotze. Aber, ähm, hier ist wie gesagt noch alles dran. Das ist natürlich ein ekliger Spaß. Aber wir machen jetzt mal die nächste noch auf. Und diesmal werde ich ihn nicht so rausholen. Nehme ich einmal erstmal wieder aufploppen. Und wie ihr seht, ist ja da wieder der drinne. Und ich glaube, das ist der gleiche. Wenn das der gleiche ist, ist ja schade. Und er kommt raus. Und er kommt raus. Jetzt kann sich nur um Stunden handeln. Aber übereinen wir uns mal ein bisschen, ne? Ah, ja. Ja, super, er kommt gleich raus. Die Geburt. Eine Ewigkeit später. Das hat sich ja nicht gelohnt. Es ist ja wieder der gleiche. Es ist wieder ein Triceratops. Ah, ist ja ein Scheiß. Ja, Schleim. Ähm, ja. Es war jetzt ein schleimiger Spaß, Leute. Und euch das mal zu zeigen. Mal was anderes hier auf diesem Kanal. Ja, abonniert Nerdtaste, wenn euch das Video gefallen hat. Na ja, für ein bisschen Witz und Spaß. Hier mal bin ich hier auch bekannt. Und, ähm, ja, wie gesagt, der Dino ist jetzt hier drinnen. Das Ei stecke ich hier so rein. Und das wird, glaube ich, das Thumbnail. Ich wasche jetzt meine Hände, würde ich mal sagen, oder? Leute, lasst wie gesagt ein Abo da. Einen Like, wenn euch das Video gefallen hat, ne? Und guckt euch die anderen Videos an. Und ich würde sagen, bis dann und schon. Bäm! Bäm!